Chill, sitzen oder was? Mit Jogger? Es sind 8 Uri. Seid ihr Startklassen? Natürlich. Schnuck, schnuck, schnuck. Ja, du fängst an. Nein, Schakowon, du fängst an. Die 8 hat Gibi. Die 9 hat Bastost. Die 10 hat Philipp. Die 11 hat Mijat Gacinovic. Die 12? Die 12? Gibt's auch nicht. Nee, korrekt. Die 13, Marco Roos. Nee, falsch. Ja, der hat die 14, oder? Auch nicht. Marco hat die 23. Ah, nee, ich war mir so sicher. Nein, die 13. Hinti! Oh, ich war mir so sicher. 1-0, Erich. Ja, Glückwunsch. Lewandowski. Ober. Kiesling. Ähm. Keine Ahnung. 1-1. Kiesling. 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 Ähm. Serbien. Holland. Kroazin. Kroazin haben wir nicht mehr. Nicht mehr? Ja, Ante ist doch weg. 2-1. Ich wollte eigentlich Johnny sagen, aber da wusste ich auch nicht genau, was jetzt. Holländer. Ja, aber es sind auch noch andere Nationalitäten. Kanadier, Jamaikaner. Oder was hat denn der für einen Pass? Ich weiß nicht. Lupfer. Ja, also muss es ein Wort sein. Ich kann jetzt nicht rote Karte sagen. Doch, das kann ich sagen. Elfmeter. Keine Ahnung. 3-1. Chelsea, London. Liverpool. Arsenal, London. Tottenham. Man City. Manchester United. Pulverhampton. Bournemouth. Okay, 3-2. Hadi Hütter. Lucien Favre. Jürgen Griezmann. Den Herrn Streich. Ja, das ist es doch. Stell dir vor, wir würden jetzt alle 18 sagen, da sitzen wir morgen immer noch hier. Feyenoord. Mallorca. Keine Ahnung. Neapel. Ich weiß nicht, wie wir gespielt haben. Carpi. In Italien. Ja, das hätte ich gewusst, ja. Aber du? Gonza. Inti. Bas. Almami. Andre. David. Jibi. Seba. Danny. Ewan. Ewan hat aber nur in Euroleague. Dann ist es tatsächlich unsere letzte Rubrik, wo es um alles geht. Sehr schön. Spannung steigt. Spannung steigt. Unermesslich. Deutschland. Spanien. Norwegen. Portugal. Italien. Dänemark. Schweden. Finnland. Island. Ich hoffe, wir haben es noch nicht. Polen. Russland. Kroatien. Belgien. Frankreich. Frankreich. Hatten wir Frankreich noch nicht? Ich habe es nicht gesagt. Nein, das war das erste Mal. Ich habe es nicht gesagt. Ah, okay. Also fünf Sekunden sind für mich schon wieder rum. Warte, Frankreich ist gut. Dann diskutieren, ey. Was hatten wir denn? Glückwunsch. Glückwunsch. Du bist ja auch älter, deshalb hast du hier gewinnen, weißt du. Erdkunde Elke hatte ich auch noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.